Heißt also jetzt Covid-19 sorgt weiter für Unbehagen in der Wirtschaft aktuell, aber wir sehen es, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Das ist das, was uns sozusagen die Wirtschaftsberichte entsprechend auch zeigen. Wir schauen jetzt hier an dieser Stelle mal auf das Biespuk, das haben wir diese Woche Mittwoch veröffentlicht bekommen und wir schauen mal auf das, was hier in den Wirtschaftsberichten der Deutschen gekommen ist. Das heißt, da gucken wir uns den IFOM an, weil ich hier ein zweites Video von aufzeichne, noch mal kurz der Risikohinweis, den bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wir schauen zuerst auf das Biespuk, wie immer kurz Zusammenfassung, was ist das Biespuk, das gehe ich einfach mal relativ schnell durch. Die Leute, die hier schon öfter zuschauen, wissen es, es ist der Konjunkturbericht, ein sehr, sehr wichtiger Konjunkturbericht aus den USA, den gibt es seit den 1970er Jahren und zwar fasst er sozusagen die aktuelle wirtschaftliche Lage aus den zwölf größten US-Verwaltungsbezirken zusammen. Befragt werden hier Banken, Branchen, Experten, Unternehmer und Ökonomen und das Ganze nutzt sozusagen die FED, um die ökonomischen Trends zu beurteilen, mögliche zukünftige Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und dann entsprechend gegensteuern zu können mit gewissen Maßnahmen. Das heißt, die FED nutzt das Ganze für die Zinsentscheidung, für Konjunkturprogramme und, und, und. Wer das Ganze sich selber mal anschauen möchte, der kann das Ganze tun im Board of Governors of the Federal Reserve System, so rum haben wir es und das Ganze, wie schon gesagt, hier, es ist für jeden einsehbar, es ist kostenfrei. Ich bringe, wie immer, auch gerne mal den Link noch auf Facebook drauf, weil ich weiß, der ein oder andere schaut da schon gerne auch mal nach. Das heißt, hier an dieser Stelle kann man sich das Ganze wie immer mit anschauen und, ja, das Ganze hier monatlich auch selbst durchlesen. Wer es möchte, achtmal pro Jahr wird es veröffentlicht und zwei Wochen danach gibt es die FED-Sitzung. Das heißt, diese Woche wurde es veröffentlicht, übernächste Woche haben wir FED-Sitzung. So, der Plan. So, damit haben wir das und jetzt schauen wir mal, was im Biespuk aktuell auch drinnen steht. Fragen dazu übrigens auch sehr, sehr gerne hier rein. Das heißt, an dieser Stelle gerne mitfragen, beziehungsweise das Ganze hier in der Zusammenfassung jetzt für alle zu zeigen. Und wie schon gesagt, wer Fragen dazu hat, das wollte ich darum noch sagen, könnt ihr gerne direkt in die Chats reinschreiben, gehe ich gerne auch drauf ein. Also, schauen wir zusammen. Wie immer, die drei Bestandteile. Wir starten mit dem Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Und da kann man sich vorstellen, da sieht es richtig dunkel aus an dieser Stelle. Das heißt, wir haben weiterhin in fast allen Bezirken Wirtschaftsaktivitäten, die sehr, sehr stark rückläufig sind. Als Ursache wird hier der Zusammenhang mit Covid-19 genannt. Und das, liebe Leute, ist eine sehr, sehr positive Nachricht. Weil die Ursache dafür ist wirklich Covid-19. Und alles, was wir an positiven Nachrichten zu Covid-19 bekommen, wird sich mit guter Wahrscheinlichkeit auch positiv auf die wirtschaftliche, zukünftige Entwicklung auswirken. Und das ist das, was der Markt auch sehr, sehr positiv spielt. Ja, das an dieser Stelle. Also, dieser Zusammenhang ist weiterhin exorbitant wichtig. Und das Virus ist die Ursache. Und wenn wir das Virus bekämpfen, wird sich die Wirtschaft wiederentwickeln. Und das ist das, was entsprechend die Hoffnungen mitgibt. Das heißt, das ist das Licht am Ende des Tunnels. Schauen wir auf die Konsumausgaben. Die sind logischerweise natürlich auch wieder rückläufig, weiter rückläufig. Warum? Wir haben natürlich weiterhin die Mandatory Closings. Das heißt, wir haben die angeordneten Geschäftsschließungen im Einzelhandel. Das wird jetzt in den USA auch Stück für Stück gelockert. Also, da wird es auch positive Entwicklungen geben. Natürlich geht das, genau wie bei uns in Deutschland, nicht einfach mit einem Schnips. Und dann ist wieder alles beim Alten wie vorher. Wir sehen ja, welche Probleme wir teilweise oder welche Herausforderungen zum Beispiel die Gastronomen haben, dass die einfach teilweise gar nicht öffnen können, weil sie die Räumlichkeiten dafür auch nicht haben. Zu sagen, okay, pro Gast so und so viel Platz, das geht einfach nicht. Da muss man einfach schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Aber es ist auf alle Fälle mal positiv zu sehen, dass das Ganze, wenn der Lockdown zurückgeht, Stück für Stück wieder in Gang kommt. Besonders betroffen von diesen rückläufigen Konsumausgaben sind logischerweise die Dinge, wo Konsum betrieben wird. Das heißt, das ist die Freizeit, das Gastgewerbe, Reise und Touristik. Weil das Ding hat ja in den USA auch komplett flach gelegen. Und Autoverkäufe sind logischerweise auch deutlich niedriger bezogen auf die letzten zwölf Monaten. Das ist auch logisch, wer sich jetzt in dieser Situation befindet, möglicherweise auch seinen Job zu verlieren oder weniger Geld zu bekommen. Na, der wird nicht gerade ein Auto kaufen gehen. Warum soll er das auch tun? Aber man sieht auch teils leichte Verbesserungen in diesem Sektor. Das heißt, auch da ist Licht am Ende des Tunnels. Also es schwingt überall, wo man hinschaut, immer so ein bisschen Optimismus mit. Und das sind die positiven Nachrichten, die wir hier haben. Es sieht nicht gut aus, aber die Hoffnung ist auf alle Fälle da. Mit Blick auf das produzierende Gewerbe haben wir ebenfalls sehr, sehr scharfe Rückgänge. Das wurde uns wieder vermeldet. Ganz, ganz drastisch war es in der Autoindustrie, der Luftfahrtindustrie. Also da fällt natürlich auch natürlich hier entsprechend die Flugzeugindustrie mit rein. Und die Energieproduktion. Energie natürlich auch ein Sektor. Wenn die gesamte Wirtschaft lahm liegt, brach liegt, dann ist das natürlich etwas, was ziemlich heftig auch getroffen wird. Es wird weniger Energie gebraucht. Das sehen wir auch am Ölmarkt, am Ölpreis. Der ist ja nicht umsonst auch in den Keller gegangen. Und diese Dinge, die kommen hier ganz klar und fassen im Zahnrad zusammen. Teilweise gibt es mittlerweile auch Projektausfälle, gerade im Baugewerbe, weil wir hier auch die Wirtschaft bzw. das Baugewerbe dort in der Situation ist, dass man Materialmangel hat. Das sind die Dinge, die wir im Großen dort spüren. Die Dinge spürt jeder von uns im Kleinen, vielleicht hier und da auch irgendwo. Mir persönlich zum Beispiel, ich wollte jetzt was bestellen, was ich hier für das Büro brauche. Und damit hat sich das Ganze relativ flott erledigt. Ich habe die Bestellung aufgegeben. Zwei Tage später habe ich die Meldung bekommen. Sorry, wir müssen vom Kaufvertrag zurück dran. Wir haben Lieferschwierigkeiten. Wir bekommen bestimmte Teile nicht geliefert. Also da sieht man mal, das ist da. Die Lieferketten sind noch unterbrochen. Und das muss ich natürlich Stück für Stück erst aufbauen. Und das hat halt auch die Auswirkung auf das produzierende Gewerbe. So, was haben wir jetzt hier noch weiter? Die entsprechenden gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Wohnungsverkäufe haben wir gehabt. Die sind rückläufig. Wir haben allerdings diese Woche ja schon das Erste gesehen. Der Immobiliensektor kommt Stück für Stück auch wieder voran. Aber Thema Wohnungsverkauf sozusagen. Wir haben geringere Angebote. Und es gab sozusagen die Restriktionen wegen der Abstandseinhaltung und so weiter und so fort bei den Vorführungen und Begehungen dafür. Und da kann man sich halt auch vorstellen, in den USA ist ja genauso wie bei uns. Bei uns in Deutschland ist der Wohnungsmarkt sehr, sehr angespannt. Und man sieht ja oder kennt ja die Bilder aus dem Fernsehen oder der ein oder andere vielleicht auch aus dem eigenen Leben. Wenn wir hier dann entsprechend eine Wohnung besichtigen wollen, da gibt es gerade in den Großstädten, in den Ballungsräumen Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen. Da ist keine Chance irgendwie Abstand einzuhalten. Und das merkt man natürlich hier. Mit Blick auf den Wohnungsmarkt beziehungsweise auf den Mietmarkt ist auch etwas sehr, sehr oft gemeldet worden. Und zwar zum Thema Büromarkt. Da gibt es Mietrückstände beziehungsweise Verschiebungen. Einzelhändler sind nicht in der Lage dazu, die Mieten für die Büros oder die gemieteten Flächen entsprechend zu bezahlen. Und da kommt es zu Verschiebungen oder ganz klassisch dem Mietausfall. Eine weitere Frage. In den USA gibt es die sogenannten Triple P Loans. Das heißt, das ist das sogenannte Paycheck Protection Program. Da wird sozusagen den kleineren Unternehmen Geld gegeben dafür, dass sie die Leute nicht auf die Straße setzen, sondern denen das Gehalt vorzahlen, die Miete bezahlen können, Kreditraten zu zahlen können. Das ist dieses Triple P Program. Das ist in den USA gang und gäbe. Und das ist momentan sehr, sehr stark nachgefragt. Also da gibt es eine sehr, sehr starke Nachfrage. Das ist gut für die Unternehmen, dass die Unternehmen liquide bleiben, die Türen nicht schließen müssen. Und das ist halt ein Punkt, das wird stark nachgefragt. Und das zeigt halt auch den Bedarf danach, wie scharf die Situation auch ist. Deswegen ist das diesmal erstmals hier im Biesburg mit aufgetreten. Mit Blick auf die Landwirtschaft ist es auch sehr, sehr dramatisch, was in der Landwirtschaft abgeht. Die Bedingungen hier haben sich weiter verschlechtert. Mit Blick auf die Fleischverarbeitung gibt es ebenfalls eine eingeschränkte Produktionskapazität. Es gibt hier Firmenschließungen. Wir haben das Thema Social Distancing. Das heißt, man muss Abstand halten. Das Ganze macht es schwierig und das kommt dann entsprechend zur Einschränkung in den Produktionskapazitäten. Und das wiederum könnte negative Auswirkungen auf die Fleischpreisentwicklung haben. Das heißt, dass die Endprodukte teurer werden können, weil wenn jetzt durch solche Dinge das Angebot verknappt wird und die Nachfrage weiter hoch bleibt, dann sorgt das für steigende Preise in dem Lebensmittelbereich, gerade in diesem Sektor. Und das könnte dann Druck auf die Inflation bringen. Ich hoffe nicht, dass das kommt, aber das ist halt entsprechend da. Nur das wird dann hoffentlich, auch wenn die Lockdown-Maßnahmen Stück für Stück weiter zurückgeführt werden, auch ein Problem sein, dass Stück für Stück weg geht. So, dann schauen wir uns das Ganze mal noch mit Blick auf das Öl an. Hier mit Thema Ölförderfirmen schließen ihre Bohranlagen. Das ist das Thema, was wir in der Vergangenheit immer mal schon auch auf der Uhr hatten. Wann ist denn der Ölpreis so niedrig, dass die Ölfirmen aufhören, das Öl zu fördern? Ja, das Öl ist ja nicht weg, es wird nur nicht gefördert und wir sehen es hier, die Ölbohranlagen werden geschlossen. Einschränkung der Energieproduktion ist eines der Themen, warum das Ganze gemacht wird. Und wenn der Ölpreis wirklich so, so niedrig ist, dass es sich nicht lohnt, die Produktion weiter vorzuführen, wird halt geschlossen. Oder aber wenn die Lager voll sind, macht es natürlich auch keinen Sinn, weiter zu fördern. Weil wohin damit? Das ist das, was wir hier über die Ölfirmen sehen. Es gibt allerdings ganz klar, und das ist der Tenor, eine Hoffnung auf Besserung durch die Lockerungen. Das ist das Thema, was wir hier sehen. Das ist das Thema, was auch die Märkte vorantreibt. Allerdings ist der Ausblick weiter verhalten, weil die hohen Unsicherheiten über das potenzielle Erholungstempo weiter bestehen. Also wenn die Erholung sich sehr, sehr schleppend hinzieht, ist das ja ein ganz, ganz anderes Szenario, als wenn die Erholung relativ zügig vonstatten geht. Und das ist etwas, das macht den Ausblickverhalten und ja, das schränkt so ein bisschen die Hoffnung auch ein. Aber die Hoffnungen sind entsprechend da. Schauen wir uns den Arbeitsmarkt an. Am Arbeitsmarkt ganz klar, wir sehen es auch an den aktuellen Zahlen, weiterhin starker Beschäftigungsrückgang. Das Ganze auch landesweit zu sehen. Grunde dafür sind die angeordneten Geschäftsschließungen und die Distanzierung hier, Punkt, Hashtag Stay at Home. Das gibt es in den USA natürlich ganz genauso. Und diese Dinge, naja, das belastet natürlich den Arbeitsmarkt schon, wenn Geschäfte geschlossen sind, die Arbeitslosenzahlen steigen. Das ist ganz klar. Hier wird mit Blick auf den Arbeitsmarkt auch nochmal ganz klar das Triple P Program genannt. Zungenbrecher für mich. Das heißt, diese, dieses Darlehensprogramm dämmt die Entlassungen ein. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das heißt, die Beschäftigungen im Einzelhandel, Gast- und Freizeitgewerbe sind rückgängig. Aber diese Darlehen hier an diesen Stellen, die helfen halt Schlimmeres zu verhindern. Kurzfristige Herausforderungen sind teilweise auch zu finden in der erneuten Arbeitsaufnahme. Also, dass die Leute jetzt sozusagen wieder zurückkommen in die Betriebe, anfangen zu arbeiten. Da gibt es Gesundheitsbedenken der Arbeitnehmer auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema eingeschränkte Kinderbetreuung. Also, über den großen Teich gibt es genau dieselben Herausforderungen hier. Wenn ich arbeiten gehen muss als Mutti oder Fadi, der Kindergarten aber noch zu ist, was wird denn mit meinen Kindern? Wo gebe ich die hin? Das ist an dieser Stelle relativ schwierig. Mit Blick auf die Lohnentwicklung, die ist unheitlich, einheitlich, teilweise sinken die Löhne, teilweise haben wir hier Lohnsteigerungen da. Das heißt, bei ganz, ganz wichtigen Mitarbeitern gibt es Lohndruck. Da steigt der Gehaltsdruck sozusagen. Bei anderen, ja, sag ich mal, Punkten haben wir weniger Lohndruck entsprechend da. Und dann schauen wir noch auf die Preisentwicklung. Und die Preise hier, ganz klar, da braucht man jetzt nicht, sag ich mal, in die Glaskugel zu schauen, um zu sehen, was da los ist. Die Preise sind durchgehend rückläufig. Wir haben eine schwache Nachfrage, ganz klar durch die vielen Geschäftsschließungen bzw. Schließungen an sich. Und wir haben niedrige Agrar- und Rohstoffpreise und das nimmt natürlich ordentlich den Druck vom Kessel. Anstiege, wie vorhin schon gesagt, haben wir in der Ernährungsindustrie. Das heißt, wir haben hier aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Pandemie nachlassende Lieferketten, das heißt unterbrochene Lieferketten und teils starke Nachfrage bei rückgängigem Angebot. Und das bringt den Druck dort oben rauf. Das ist hier der Blick in die Preise. Also, alles in allem, die ganze Lage durch Covid-19 weiterhin extrem angeschränkt. Aber Licht am Ende des Tunnels ist da und das heißt, das, was die FED macht, das, was die ganzen Wirtschaftsstützungsmaßnahmen in den USA machen, das kommt gut an. Das stützt so ein bisschen die Angst oder das nimmt so ein bisschen die Angst, dass wir hier ins Bodenlose fallen. Von der Seite her ist die Hoffnung durchaus berechtigt. So, und dann schauen wir jetzt nochmal auf das, was wir diese Woche bei uns hier in Deutschland bekommen haben. Heißt an dieser Stelle IFO-Geschäftsklimaindex. Da gucken wir mal ganz kurz drauf. Das heißt, wir haben es vorhin ja auch gesehen, die Stimmung in den Führungsetagen hat sich etwas erholt. Und das ist sehr, sehr schön am Geschäftsklimaindex zu sehen. Der ist nämlich angestiegen von 74,2 auf 79,5. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr positive Nachricht, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und das Ganze ist so auch der Hoffnungsschimmer, den wir hier haben mit Blick auf die aktuelle Lage. Die ist allerdings aktuell weiter sehr, sehr, sehr herausfordernd für die Unternehmen. Wir haben es gesehen, die Gastronomie, die geht zwar langsam los, aber die ist natürlich auch belastet. Man hat die Kosten, die sind gleich geblieben, aber weniger Gäste, es wird weniger bestellt. Die Leute haben auch noch Angst, sich anzustecken und, und, und. Also es ist alles relativ schwierig, was wir hier sehen. Deswegen die aktuelle Lage, Herausforderung. Der Ausblick allerdings, wie schon gesagt, deutlich optimistisch. Optimistisch, das heißt, die Lockerungsmaßnahmen werden hier als sehr, sehr positiv gesehen. Die kurzfristige weitere Verschlechterung ist zwar da, es wird erwartet, aber gerade mit Blick auf das Thema Kontaktverbote, Lieferketten und Binnenexportnachfrage. Die aktuelle Lage ist dadurch eingeschränkt, doch die positiven Auswirkungen kommen, weil das wird alles Stück für Stück zurückgefahren. Das heißt, das Thema der Kontaktverbote wird aufgeweicht. Binnenexportnachfrage wird wieder ansteigen, sobald wir sozusagen auch in Europa wieder offenere Grenzen haben. Da wird ja rundherum in Europa, wird ja auch jetzt Lockerungen Stück für Stück in Gang gebracht. Und das ist ja all das, was für diese Strafungsmaßnahmen, diese Schließungsmaßnahmen, haben ja die ganzen Lieferketten, den ganzen Export eingeschränkt. Und wenn das jetzt alles so Stück für Stück wieder kommt, nach oben hin, dann haben wir hier natürlich die Entspannung da. Und das sorgt dann für die Hoffnung, dass in der zweiten Jahreshälfte Stück für Stück alles weitergeht. Und mit Blick auch auf die positiven Entwicklungen möchte ich nochmal kurz auf das, was ich heute nach oder heute Vormittag bzw. in der Vorbereitung zur Sendung auf NTV gehört habe. Die Ansteckungswerte bei uns in Deutschland, die sind gesunken. Der R-Ansteckungswert ist momentan bei 0,6. Das heißt, zehn Personen stecken nur noch sechs an, an dieser Krankheit, an Covid-19. Die ganzen Fälle sind rückläufig. Und man geht möglicherweise davon aus, so der leichte Hoffnungsschimmer, dass man vielleicht gar keine zweite drastische Welle im Herbst bekommt. Also es ist immer wieder zu sehen, dass wir positive Meldungen bekommen, dass die Hoffnung auch da ist, der Optimismus ist da. Und das stimmt uns dann doch alle etwas positiv. Das mit Blick auf den IFO-Geschäftsklimaindex. Hier haben wir nochmal das Ganze in der Grafik dargestellt. Und da sehen wir es halt auch hier an diesen drei Farben. Der Rotton, der Grauton und der Blauton. Die Geschäftserwartungen, wir sehen es, steigen an. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist angestiegen. Das Einzige, was hier an dieser Stelle leicht gesunken ist, ist die Beurteilung der Geschäftslage. Aber wir sehen auch, hier geht deutlich Fahrt raus. Das heißt, hier ist der Druck auch so ein bisschen vom Kessel genommen. Und die Blicke in die Zukunft, die zeigen doch positive Tendenzen. Das ist also ein sehr, sehr interessanter Wert. Damit sage ich an dieser Stelle Danke für das Zuschauen am heutigen Freitag. Ich wünsche allen einen schönen, erfolgreichen Handelstag, einen guten Wochenabschluss und ein schönes, verlängertes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder am Dienstag pünktlich um 8.30 Uhr. Danke für die Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.